Hallo, ich hoffe es nimmt auf Mach doch mal aus dir den Mist So So, mal gucken, ob die nimmt auf Oh jetzt Ich muss gar nicht mehr ranfahren Muss mal runter Vater ist runter So, wir fahren jetzt die Strecke Wir fahren nach Osnabrück, wir fahren Vorratstanks für 11 Tonnen und kriegen 3664 Ist eh die Polizei gewesen, hätt sie eh nicht anfangen können Weil wir fahren lieber Der, 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 der Polizei hätte sie sich auch beeilen müssen Fünf kommt ruhig, oh Papa Hätt sie sich lieber beeilen müssen, bevor ich mich das anders Johnny Kannst du mal bitte den Schnabel halten Wollte ich nur sagen, Papa Ich habe Post Das muss ich nicht So, komm fahr, fahr, fahr Dann hat der Austaus Bleib ja stehen Hast du das gehört? Mein Kumpel Vorrattanks, sehen aus wie Betonklötze So Man soll hinten gucken Papa, die Autos sollen lieber hinmachen, bevor man sich das anders überlegt Oh Ja Gleich wieder rum Mach mal Guck mal, ob die Autobahn ist Wenn man rumkommt Mal gucken, wie die Autobahn ist So So Gucken wir mal Fahr mal in drei Stunden Johnny Ruhe jetzt Wenn du möchtest Dann fangen nämlich die gutsten an Dann fahrst du in der Nähe gehen Komm mal so nicht Johnny Kannst du mal die schlappe Lappen halten? Warte Mann Wir haben noch 212 Kilometer vor uns Entspannt euch Leute Genieß die Fahrt Und du hörst jetzt mal die Schlapperlappen auf dem Beifahrersitz, ja? Du bist gemeint auf dem Beifahrersitz mal die Schlapperlappen halten Oh, die Tür zu, Mann Ja, ich meinte ja nur auf dem Beifahrer auf dem Beifahrer auf dem Beifahrer auf dem Beifahrer auf dem Beifahrersitz Gut Jetzt nur Spaß Leute Wehe Ihr zickt immer rum Klar So, Benzin haben wir noch Ob wir Eine Benzinkarte haben wir gekriegt Ja, klar Aufwachensatzung Die Polizei Die Polizei Hätte nicht beinahe an Aschleck gefahren, aber eher halt Das ist Tankstelle So 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 Du bist mal kein guter Autofahrer Wir müssen wirklich Gummibäume pflanzen bei dir So 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 Und So 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 Das ist ein Schnellfahrer. Du bist da. Das glaube ich schon mal, ja. Das ist so schnell erfahren als Kumpel. Ja, du. Was machst du für ein Blödsinn, Junge? So dumm mit der Birne. Ich hätte so vorher rumfahren können, bevor das kam. Bloß mit dem Auto. So. Oh, die spinnen ja wirklich mit ihr Leben in dem Spiel hier. So, das war nicht lang. Die nächste Waffe. Das weiß ich doch nicht. Mann. Ach. Nun, das ist hier rauschen, du dir. Scheiße, mit der Lattung noch ein. Ach. Sorry, Leute, wenn ihr sieben Minuten lang nicht gehört habt. Hä, 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 hä. So. Wir müssen nicht. Eigentlich darf man nur nicht. Wieso? Wir dürfen 80 fahren. Ne. Der da vor, der ist gerade 90. Wir fahren. Das ist nur die halbe, wenn er jemand draufkriegt. Komm. Ach ja, komm. Der fährt 80. Nein, der fährt schneller als ich. Dann heißt es auch 90. Der fährt vielleicht 100. Eigentlich darf man nicht 100. Oder 90. Oder geht nur 80. Junge. Schreck dich doch nicht so da hinten. Ich will nur mal kurz auf deiner Fahrbahn gekommen und gucken, ob du richtig fährst. Eigentlich hätten sie das genauso machen sollen wie ein richtiger Leben. Hier 80. Für die LKWs. Die vorne LKW und die zwei anderen Spuren sind nicht eine Überholspur. Da dürfen sie schnell aufwahren. Wenn sie so anzeigen müssen. Ein Tacho. Ist nicht gesagt. Ich glaube, dann müssen sie da so die Länge machen, dass sie nicht vorgessen. Ja klar. Dann machen mitten auf der Autobahn ein Geländer ran. Junge. Hier ist Abbiegung. Noch nicht runter. Können wir gar nicht durch. Ich freue mich schon, wenn wir einen eigenen LKW haben. Ja. Wieder. Und ich hoffe, es nimmt auf. Haha. Sonst habe ich einen Barsch gehabt. Dann muss das normale Spiel. Geht ja nicht. Den Auftrag kann ich dann nicht wieder herzaubern. Außer ich mache das Spiel aus, ohne zu speichern. So ein bisschen mehr jetzt. Wir müssen. Ja. Wir müssen. Das macht viel. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weniger fahren. Wie? Genau. Hier kommt die 50. Haha. Ja. Ich denke das. Aber. Merci, du dachtest du möchtest 80, was? Da stand noch 80. Das liegt hier 70. Eui, eui, eui. Da steht hier 70. Na, Belgienstraße 70. Ist klar. Nee, 60. Einfach 70, ja? Nee, in Deutschland ist immer 60 auf der Landstrasse. Halt, ich bin zu schnell. Sollte man ein bisschen runterschalten, so. Das reicht schon, oder? Und jetzt... Irgendwann ist die quietscht gerade? Ja, der ist nur hier. Und jetzt fahren wir eine Weile, 70. Ob aber Landstraße. Nee, es kommt irgendwie ein... Autobahn, oder? Nee, weiterhin Landstraße, okay. Ja, ich konzentriere mich ja, deswegen rede ich nicht so viel gerade. Wer überholt, Papa? Dürfen wir ihn überholen, Papa? Nein. Wer überholt, fährst du ran. Nein. Kannst doch nicht Dummheit mit Dummheit bekämpfen. Hä? Was ist denn du für ein Autofahrer dann? Wo klatscht da alles weg dann? Ja, nicht nur die, was ihn überholen, die klatsche ich gern weg. Junge! Auch wenn die überholen, in Ruhe lassen. Bald ran in die Fahrtkarte. Also... Das wäre dann meine Dummheit. Das ist die Feuerwehr. Ja, wir machen mal 46. Wir haben jetzt gleich die Stadt heute. Ja. 50. Wunderbar. Das ist unser... Erster Aufenthalt in Osnabrück. So, na komm, fahre, fahre, fahre. Hau ab, LKW. Das rote Ampel. Das rote Ampel. Das rote Ampel. Na, bremst doch nicht so zeitig ab, Junge. Ampel ist hier vorne erst. Was? So recht, Baba. Wo hängt die alle still, Baba? Was? Da ist Polizei, Baba. Wo? Da, ja. Da kommt aber schlecht rum, Baba. Der ist ja nicht unser LKW. Der ist nur geliehen. Hier ist nachher eine Firma. Bei denen hier müssen wir anhalten, was? So still grün? Ja, du wirst ja nicht, wie lange es schon rot war. Das wirst ja nicht. So, da kann hinten kommen nichts. Das muss ich mal ein bisschen ausholen. So. Das war's. Bombenhänger, alle. Dich vor, Baba. Zurückform halt nicht. Aber... Wir haben keinen eigenen LKW. Können wir nicht zurückfahren. Wir rühren nochmal, Junge. So, was haben wir denn hier, Post? Selbstständige Fahrer. Der ist schön! Das ist schön! So, dann machen wir mal Auftragsangebote. Mal weiter hier. Ein bisschen haben wir noch. Können wir noch anfangen. 4.000. Das sieht doch schon mal schön aus. Wieder von Hamburg nach Osnabrück. Okay. Das haben wir wenigstens für 4.000. Ha, 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 ha. Ach, hast du auch Polen? Und Hamburg? Wo, 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 wo wir gerade sind? Wir, ich hab hier angefangen mit Hamburg. Die Stadt. Ich hab auch eine Frau jetzt hier. So. Jetzt geht's erstmal was trinken. Ja, meine Güte. Fahren wir? Ja, wir fahren noch 4 Minuten. Dann ist der Part erstmal zu Ende. Dann kommt noch ein Bart. Und auf geht's. Ich hab noch so ne... Ich hab noch so ne... Ich hab noch die hässliche Kiste. Von eben. Was haben wir denn überhaupt? Das ist rote Ampel. Können wir gleich mal gucken. Ne. Nicht da. Da ist... Gabelstaplerform mal. 11 Tonnen. Ha. Schön. Ah. Ihr müsst warten. Du mit dem Bomben-Ekw. So. Ah. Das ist richtige Kinderarten hier. Wie viel Ampel hiebst denn hier in Hamburg? Ich sitze mal im richtigen Hamburg noch mehr. Das ist gerade leicht nervig hier. Ja. Das KV kommt jetzt 50. Wir fahren 45. Ja. Das reicht hier. Stattdruckdrucken. Dann müssen wir uns sowieso irgendwo hinstellen. Hm. Sie können haben wir nur noch Kreis Papa. Wir müssen nur so atmen! Wenn der Lkw aus dem Knick kommt, ist schon der andere Ampel grün. Ne, weißt du das? Nach vorne sehen wir eine Saiterin. Jetzt sag ich die Lacher auf dir langsam. 70! Wir schaffen auch 70. Gleich Ampel. Wir müssen auch wieder rum. Verfahren wir in das selbe Land, Papa? Wieder rote Ampel, jetzt flühen. Na komm! Bringt einer? Nein! Nicht einer! Warum nicht kommt ihr zu? Also da lang wollen wir nun nicht machen. Das ist die selbe Stadt, Papa. Was ist denn das? So Leute, immer hier Gas geben. Dann werden wir erstmal den Part beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns gleich im nächsten Tag. Haut rein! Und Tschüss! Tschüss! Die Hände Gäste.